Was geht ab, Leute? Heute Leute, Leute, Games sind willkommen zurück zu Returnal. Es war so knapp, ich hätte den Boss fast besiegt, ey. Aber ich geb nicht auf. Ich geb einfach nicht auf. Guck mal, das ist schon mal ganz nett vom Spiel. Ich hab nen Plan. Der Plan ist Medipack sammeln. Möglichst viele Waffen sammeln, hingehen und die blätten. Dass man wieder so schwach anfängt. So kacke. Ich will eigentlich gar nicht gegen die Viecher großartig kämpfen. Ich will einfach nur ins Öd lang gehen und dann ne gute Waffe finden. Wir haben uns noch lange wieder erspielen müssen. Ärgerlich. Oh ja. Fang mich doch. Das ist geil. Da kann ich nicht rein. Und, krieg ich die gleiche Pistole, die ich schon hab? Natürlich. Ich spiel mal. Ach, Bereichssperrung aktiv. Ach, ist das ehrlich. Kannst du gar nicht reagieren. Wozu? Oh. Oh. Da ist ne Waffe. Ich war im zweiten Level, hab schon die Hälfte, die haben ja nie verloren. Das sind doch so Attacken, die kommen so plötzlich. Ausweichen. So jetzt. Also hier starten wir also immer wieder. Dieses Medipack will ich behalten, aber ich will sie schon kommen. Ich werde es verlieren. Ich muss die Gegner leider auch alle killen. Das ist das Doofe. Ah, Moment. Wand vorbei. Da oben ist sauber. Ist keine Ahnung, wie ich denn komme. Ah, cool. Ja, der Raum ist auch wieder der gleiche, der mich schon mal gesehen hatte. Brasid. Oh, siehst du was? Nämlich. Allerdings Säure für zu hinterlassen. Schauen wir uns die mal an. Drei Sekunden ist schon Hammer. Oh, siehst du bei niemandem, äh, automatische Reparaturen. Keine Fillfunktion bekommen. So, dann gucken wir mal. Da brüllt schon was aus. Schon daneben geschossen. Du sagst, ich dash sogar nach vorne. Wie soll ich denn... Unglaublich. Wie nur von ihm angegriffen bist. Wie zum Teufel sollst du das sehen. Ohne Schaden, ja. Auch wenn ich sagen muss, ich fand das Ding besser. Ja, ich muss sehr nahe rangehen, um da guten Schaden zu machen. Jo, mal gucken, was da ist. Das ist nicht eine geile Waffe. Hm. Oh, geil. Wie kann ich das umsonst herstellen? Jo. Alternative... Ey, jetzt haben wir schon um fünf Sekunden verringert. Das ist fast schon im Balance. Und die Granate, die springt halt immer durch die Gegend. Das ist dumm. Ganz kurz. Der Kalibrator steigt meine Waffenleistung. Minus fünf. Das ist geil. Das ist ein geiler Run bisher. Nehmen wir auch ein bisschen mehr Zeit. Bleib ein bisschen zurück. Jetzt sind wir den ruhig gekommen. Wenn wir noch Bonusschaden auf die geilen Nachladungen kriegen würden. Das wäre geil. Das wäre geil. Perfekt. Perfekt. Sauerei! Ha, ha, ha. Da komm ich gar nicht raus, das ist eine Energiefeld. Boah, da muss man springen. Man, ich hab ja nie gerechnet, dass sowas auftaucht. Ah, never. Hier ist noch was, ne? Irgendwie hier, was heißt dieses Symbol? Xenoglyph. Okay. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Warte. Warte. Weiter geht's. Das ist ein steiniger Weg bis zum Boss. Hm. Hm. Warum sind die Viecher so stark, wenn man mal wiederkommt, ey? Die sind nicht so stark. Wenn man mal wieder anfängt. Was formt sich da wieder für ein Bullshit? Das ist das Riesenviech. Ja. Uah. Uah. Was ist das? Boah. Boah. War das knapp. Boah. 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 Mann, bin ich schlecht. Gut, fand ich mal so übel. Wissen nicht, wer ich dafür gekriegt habe, aber anscheinend nix. Schon mal irre. Auch irre. Sehr, sehr geil. Okay. Mit so ne geile Waffe. Yeah. Die mag ich sehr, die Waffe. Also ich nehm die schnell schießenden Waffen über die Shotgun und so jeden Tag. Gerade bei den Bossen. Lieber auf Abstand bleiben. Ich meine, nocken die einen so schnell um, ich krieg's gar nicht mit. Ist aber noch so n Ding. Geh mal hier rein. Da steht immer eventuell. Mach ich mal offen. Puh, zwei. Und dann kaufen wir uns noch einen und dann könnte es klappen, aber ich will noch ne stärkere Waffe haben. Scheiße, die haben immer so ein grünes Energiefeld. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das für ein Ding? Oh shit. Moment mal. Wir sind auf dem Berg? What the fuck? Yo, ich hab abgekürzt. Ich geh immer noch nicht zum Boss. Ah ah. Wie geil ist das denn? Da oben sind aber auch die Viecher. Irgendwie bin ich auch noch nicht so richtig ready. Das ist mal ne nette Überraschung. Ah, hier ist wieder Harz. Entweder oder, ne? Ne, geh ich nicht an. Ich brauch meine wunderbare Gesundheit. Vielleicht geh mir den Bonusraum nochmal an, bevor ich zum Boss geh. Aber ich will ja bis zu dem Punkt kommen, wo ich da einkaufen konnte. Das ist... Oh, das war ne Ecke weit weg, ey. Da muss ich aufpassen. Hier war so ein Viech. Er hebt sämtliche Fehlfunktionen. Da ist er schon gespawnt. Ja, da ist er. Ausziehen nichts. Aber ich war im Tod. Ah, ich brauchte den da doch. Ja, geh doch. Woah. Mach aber schon irren Schaden gerade, ne? Oder heißt das Grüne sogar Damage over Time. Ich weiß es nicht. Daneben ist ein... Da geh mal rein. Wir machen mal. Ich will noch ne stärkere Waffe abgrasen. Vorsicht. Hier können noch... Dinger stehen. Hier kommt wieder der Impuls in der Mitte. Das hab ich mir gemerkt. Oder auch nicht. Okay, du bist weg. Jo, nice. Bereit. Oh, das war einfach. Wie viel Schaden mach ich denn mit dem Ding? Alter. Das war aber noch nicht alles. Verarsch mich nicht. Das war doch nicht alles. Sag ich doch. So. Hell... Ja. Das war aber leider immer noch nicht alles. Was war ich? Was war ich? Mann! Mann! Oh, geil. Noch mehr Schaden und dieselbe Waffe. Aber gesundheitsmäßig sehr angeschlagen. Wundersucher. 30% mehr Schaden bei Zielen mit niedriger Gesundheit. Jawohl. Etta. Damit können wir gleich noch einkaufen. Das sieht sehr gut aus. Oh. Bitte nicht drauf gehen. Bitte, bitte, bitte. Gut. Ab durch die Tür zum Boss gleich. Oh yeah.